Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Feet the Beast Infinity. Heute... Können wir uns nicht schlafen legen. Nein, ähm, die Folge kommt ein bisschen später, weil ich es ehrlich gesagt vercheckt habe, weil ich jetzt momentan Nachtdienste habe. Und ich habe heute meinen letzten Nachtdienst, also meine letzte Nacht. Wobei, ich stehe nie blieben wieder. Und das ist jetzt auch so eine kleine Premiere-Folge, weil wir werden die letzte, ähm, Minecraft Feet the Beast Infinity Folge in diesem Zimmer drehen. Also ich werde jetzt zwei Folgen machen, diese und die nächste. Das werden die beiden letzten Folgen in diesem Zimmer sein, weil ich, morgen, kommt einer meiner besten Kumpels und hilft mir beim Umbauen von allem. Und dann sehen wir uns morgen in einem anderen Zimmer wieder. Magic Ten. Das ist ja nicht so doll, aber ich muss halt noch einiges machen in dem Zimmer. Ich habe da so ein paar coole Ideen, die ich auf jeden Fall umsetzen will. Und, ähm, ja, muss mal gucken. Ich hoffe, es klappt so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ansonsten ist doof. Ja. Genau. Ne, aber sollte eigentlich schief. Ich bin relativ optimistisch. Dass das funktioniert. So. Und ich hatte gerade eben die glorreiche Idee, dass man doch einfach mal... ...ein Inventar ausleert. Erstmal. Ne, dass wir einfach mal, ähm... ...unser kleines Lager, was wir hier unten haben, ein bisschen ausbauen, weil wir haben ja ziemlich viele verschiedene Büsche geholt, besorgt, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, ich überlege gerade mal, wie man das am coolsten baut. Boah, ich glaube, das kann man mit einem Erntemachen. Das wäre natürlich richtig Porno. Ja, wir müssen ja sowieso erstmal warten, bis es wieder Nacht wird. Warum habe ich zur Hölle zwei Hunde? Kommt mal her. Setz dich mal hin. Setz dich mal auch hin. Super, perfekt. Ähm, genau. Ein Ernter. Ernter. Da haben wir einen. Und der müsste ja eigentlich die ganzen Büsche abbauen. Ist natürlich richtig Porno, wenn das funktionieren würde. Dann... ...hätten wir wesentlich mehr Rohstoffe, die man benutzen könnte. Telefon, geh mir nicht auf den Sack, Alter. Aus jetzt. So. Ich bin schön, wenn was funktioniert. Ich muss mir dringend meinen Bart wieder rasieren. Weil ich habe an meinem Bart hier diese zwei Strähnchen, ne? Und ich zwirbel die schon immer zur Seite. Weil die gehen runter. Und dann sind die so weit unten, dass sie mir genau den Mundwinkel hacken. Durch die Krise, wirklich. Könnte ich kotzen mal. Und ich schön finde, dass mein Bart endlich mal begriffen hat. Ey, wir sind ja ein Mann. Da kann der Bart auch ruhig mal wachsen. Finde ich gut. Finde ich gut, dass er das mitbekommen hat. Also, da kann man... Da kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Sagen wir mal so, ne? Und hau Alu-Meiterin. Wieso habe ich mir eine Dittje gebaut? Manchmal ist es echt lustig. Manchmal baue ich hier Sachen und denke mir dann so, warum? Hm, Hölle. So, die Seeds müssen wir leider aufbewahren. Na, wie die brauchen. Ich habe nämlich jetzt ein bisschen in meiner Singleplayer-Welt mit Botaniker rum experimentiert. Bruchstein kann weg. Erde kann weg. Zombie-Fleisch kann weg. Kann weg, kann weg, kann weg. So. Genau, ich habe ein bisschen mit Zombie-Fleisch rum experimentiert. Und... Mit Botaniker. Da habe ich mich rum experimentiert mit Botaniker. Und finde das eigentlich ganz lustig. Aber ich bin noch nicht so weit an dem Thema drin, dass ich sagen kann, ich kann das hier fehlerfrei alles aufführen. Und euch das erklären. Deswegen... Bin ich wie die Schweiz. Langweilig. Nein, Quatsch. Halte mich da so ein bisschen zurück. Ich habe hier viel zu viel Kacken drin, ganz ehrlich. Also jetzt symbolisch, nicht symbolisch hier, anders betrachtet. Kommen wir da jetzt auch noch mit rein. Irgendwann sagt mir die Schmelze, Alter, wir sind voll. Was baust du hier für einen Scheiß? Da kann ich sagen, so. Nicht, Alter, läuft, läuft, läuft. So, wir brauchen Inva. Wie machen wir denn nochmal Inva? Wir brauchen Eisen, Nickel. Eisen und nur Nickel? Ah, ne, Phoröses Erz geht auch. So, was haben wir denn hier? Wir haben Phoröses Erz. Sogar ziemlich viel. Und ziemlich viel Eisen. Das finde ich ja mal sehr, sehr gut. Da kann man jetzt einiges an Rostoffe draus machen. Perfektor. Das heißt, wir können schon mal den ganzen Quatsch hier nochmal rausholen. Legen wir mal alles hier unten rein. Warum auch immer diese komischen Samen drin sind. So. Können wir das schon mal so aufstellen? Dann haben wir schon mal zwei Inva-Ecks da. Brauchen wir jetzt noch eine Handvoll Eisen. Wir brauchen uns eine Shara. Ja, die heißt so. Die heißt Shara. Wie der Sheriff. Nur mit Äh. Noch eine. Das hier. Perfekt. Ach komm schon. Ist das dein fucking Ernst, Mann? Passt. Alter. Ich glaub's, ja. Nee, das ist doch jetzt hier. Das da. Natürlich. Natürlich. Das machst du mir wieder nicht, wa? Arschkeks, ey. Arschkeks. Ich mag Keks. So, jetzt müsste ich rein theoretisch, geht mir natürlich jetzt das Plastik. Oh, Plastik. Oh, Plastik. Oh, Plastik. Ist das nicht irgendwo Plastik? Oder Kautschuk? Ist das nicht Kautschuk? Kautschuk. Klappe-Telefon. Kautschuk. Hab ich Gummi, hab ich Gummi, hab ich Gummi. Anscheinend nicht. Ich hab auch keine Äxten mehr, sehe ich gerade. Aber, ist alles nicht schlimm. Nee, ich brauch den hier. Und den legst du wieder zurück. Den packst du mal da hin. Molzen ist Bronze. Nein. Alumite ist eindeutig zu wenig. Eisen. Minium ist auch zu wenig. Kupfer ist auch zu wenig. Eisen. Yolt. Ja, aus Yolt kann ich mal nischt. Nee, das ist zu wenig. Ist doch alle zu, ist doch Eigengrützer. So. Ich weiß gerade ehrlich gesagt, nur nicht genau, was ich alles für diese nette Timmerachs brauche. Müssen wir mal kicken, wa? Was ist die hier? Eine Platte, ein Axtkopf. Und ein Kreuz. Und ein X. Ich brauche ein X dafür. Ist das jetzt Triple X? Nein, glaube nicht. Ist ja nur ein einfaches X. So. Wir brauchen, das ist das kleine X, das ist das große X. Du kannst da wieder dragen. Du kommst da oben dragen. Hammerkopf. Ach, nicht Hammerkopf. Wie weiß das Ding? Ähm... Dipp, dip, 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 dip. Hier, das heißt. Obwohl, ich brauche eigentlich gar keine Alumide-Kopf. Viel zu teuer der Alumide-Kopf. Das lohnt sich ja nicht. Ich meine, ja, ich benutze die schon ziemlich oft, aber das würde sich überhaupt nicht rentieren. Fällt mir, äh... Fällt mir gerade wie Schuppen vorm Kopf. Wie heute Morgen also. Dann baue ich mir halt eine komplette Axt aus, ähm, hier. Hier, ja und so, ne. 1,3, 0,8. Was ist das für ein Stiel? 1,3, 0,8. Passt einfach den Stiel aus. Abbaugeschwindigkeit 2. 2. Zack, du kommst hier hin. Zack, du kommst da hin. Mal Kopf und das da. Ach ja, jetzt sehe ich es selber. Ich hätte immer duftet, wenn irgendwelche Pläne funktionieren. Zack, wirklich Licht alles. Auf Effizienz, Haltbarkeit, 500. Das ist ja nix. 750, das ist ja nix. Okay, jetzt verstehe ich es. Ich brauche leider Alu. Das Ding hat ja überhaupt keine Effizienz. Hallo, hallo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mal wieder runter. So, jetzt baut er relativ schnell das Alu ein. Dann holen wir uns Plastik. Ich würde spontan behaupten, dann können wir unseren Erntter bauen. Ich hoffe so sehr, dass das funktioniert. Das wäre nämlich ultimativ krass geil. Sollte, glaube ich, aufhören da runter. Aluminium. Zin. Alumite. Eisen. Ah, da fehlt Eisen jetzt. Jetzt fehlt da Eisen. Ja, ist das dein Ernst? Ah, cool. Ich kann die gerade auch da reinhauen. Geil. Müsste ich ja gleich schon genug haben, um diesen Kack zu bauen. Geschmolzenes Duraluminium. Duraluminium. Hört sich an. Boah, Alter. Noch langsamer und du machst es rückwärts hier. Noch langsamer und du schmelzt rückwärts. Eisenrüstung. Stilrüstung. Ich habe eine Eisenrüstung an. Ich habe gar nichts an. Warum habe ich keine eigene Eisenrüstung an? Bin ich ja gar nicht geschützt. Ja, dann müsste ich gleich, müsste ich eigentlich die Quote, die ich brauche, erfüllen. Natürlich nicht. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, mir fehlen genau. Oh, warte mal. Die könnte wirklich lustigerweise ganz knapp passen. Yes. Mehr Lack als Verstand hat der Junge. Mehr Lack als Verstand. So, jetzt haben wir ja hier effiziente Haltbarkeit von 2300. Oh, mit dem Stil habe ich sogar. Mal, jetzt haben wir 2532. Ach, 3300. Aber ganz ehrlich, so viel brauchen wir auf dem Ding nicht. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Baum, einzigen Baum, einzigen, keinen einzigen, keinen einzigen Baum gefunden, der wirklich so unendlich viel, ähm, Zeugs da drauf hat. Auto Repair. Hier ist mein, und das ist Bruchstein. Hier ist der Bruchstein. Ach, leck mich, Alter. Leck fucking mich. Ähm, tip, 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 tip. Und Dia packen wir noch. Draw. Und Dia ist eigentlich Verschwendung. Wir steppen jetzt los und suchen uns diese netten Bäumchen. Und wir sehen auch schon vorbei. Okay. Ich glaube, wirklich, Dia wäre wirklich eine Verschwendung an Rohstoffen. Ich bezweifle stark, dass sich ein Baum findet, wo jemals die Axt sagt, nee, habe ich zu wenig Leben für. Bezweifle ich irgendwie. Lebe ich mich mal weit aus und werde sagen, wirklich, es gibt Beweifler. So. Und so. Ich meine, noch hier fällt. Hüpf, hüpf, hüpf. Super. Eine Blume. Ah, nicht Botanica. Nicht Botanica. Tip, tip, tip. Gummisatzlinge. Leider brauchen wir davon echt noch mehr. Ach, egal. Jetzt ist die einfach auch mit dazu. Hauptsache, sie wachsen so wie hier. Da habe ich da eine schöne Wand. So. Also. Wir packen das da jetzt rein. 18, 16, 24. Packen wir es. Okay. So, einer brät gerade. Das heißt, ich glaube, ich brauche 8 Stück davon. Nee, Quatsch. Das war eh nur zu viel. Verdammt. Eh nur zu viel. 6, 5, 8. Einen muss ich wegnehmen. So. Einen Gummiriegel. Muss ich auch budern. So einen Gummiriegel. Man kann auch die Setzlinge da reinpacken. Gib mir mal so einen Gummiriegel. Mit dem Bums hier trotzdem noch mal rausnehmen, ey. Uiuiui. Ich muss die noch mal braten, glaube ich. So war das. Schneller. Schneller. Mach mal bitte schneller. Los, 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 los. Hoppigaloppy. Joa. Und sonst so. Läuft, ne? Danny, was ist dein Problem? Geh doch einfach raus und geh mir nicht auf den Sack. Stell jetzt hin. Hm. So, aber damit hätten wir dann gleich unser... Fluastik. Oh, Plastik. Dankeschön. Und 4. Perfekt. Ich brauche 2. Du lädst doch, Mann. Hör auf, jetzt rum zu faxen hier. Klatsch dich gegen die Wand, Telefon. So. Haben wir dann auch Kabelzer. Ich habe ja sowieso... wenn, Alter. Chip, 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 chip und jab. Wetter des Rechts. Chip, 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 chip und jab. Dem Bösen geht es schlecht. Ich habe keinen Hammer. Fällt mir gerade auf. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht. So. Wenn ich besagtes Teil würde sich das Ding hier lang arbeiten. Würde durch in diese Wand kommen. Da ist er. Und den würde ich hier hinstellen. Das ist bloß die Frage. Wenn ich ihn hier hinstelle. Ja. Wie viel Platz habe ich zur anderen Seite hin? Ich mache es ganz anders. Ich will den runterkommt. Den ja auch hier oben langlaufen lassen. Ich muss jetzt nur die passende Höhe finden. So ein Zwei. Zwei. So weiter darf ich nicht. Darf ich schon, aber dann bin ich halt in meinem Portal drin. Und das wollen wir nicht. So eine Schippe habe ich mal wieder typischerweise nicht. Tipptipptipptipptipp. Blau. So. Weil ich würde spontan behaupten, beenden wir die Folge auch schon. Wenn euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, lasst ein Abo oder ihr wisst, wie das funktioniert. Cheerio.